Hallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, also neu ist zwar das Let's Play, aber nicht das Spiel, denn es handelt sich um Battlefield 4. Das haben wir ja, nee, wir haben Battlefield 3 immer gespielt. Ich bin jetzt gerade wieder alleine unterwegs, aber im Multiplayer und Battlefield 4 hat ja jetzt doch einige Jährchen schon auf dem Buckel, ist aber nach wie vor tatsächlich das beliebteste Battlefield-Spiel und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann mich mal wieder reinwerfen. Allerdings habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die Grafik irgendwie gerade ein bisschen kacke ist, weil es auch nicht, was los ist. Trotzdem werfe ich mich jetzt einfach mal ins Spiel rein. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt wahrscheinlich ein Jahr oder was nicht mehr gespielt, aber naja, Battlefield-Spielen ist ja wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht, so sagt man zumindest, dass man Fahrradfahren nicht verlernt. Mit Battlefield-Spielen, das ist eher eine Metapher, die ich mir selbst, das habe ich mir eher zusammen selbst zusammen gereimt. Ist halt ein Shooter und Battlefield geht immer. Ah ja, warte mal, ich muss spotten, ne? Ich weiß nicht mal, was ich für eine Klasse bin. Ich glaube, Pioneer oder so. Kage. Okay, da kommt jemand runter. Das mit dem Spotten ist immer ein bisschen schwierig. Was habe ich denn für eine scheiß Waffe, Mann? Naja, okay. Ich meine, aber da steht einer. Das ist gar kein Tank. Den können wir mal versuchen, zuzusetzen. Was ist das für ein Raketenwerfer, Alter? Entweder habe ich schon lange nicht mehr gespielt oder es gibt hier ganz neue Waffen. Kage. Dann gehen wir mal zu B. Da ist zwar gerade ein Tank, aber naja. Oh, das, äh... Ja, was zum... Ich dachte, das wäre auf dem Server verboten. Naja, egal. Mir ist wurscht. Wow. Tank. 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 Okay. Au, au. Lasst mich leben. Lasst mich leben. Oh Gott, ach... Ja. Ich habe schon wieder diese Soundbugs. Ich weiß nicht, was los ist, ey. Bei mir setzt der Sound aus. Da denkst du halt auch im ersten Moment... Und dann triffst du nichts mehr. Na, ich versuche jetzt noch zu rechtfertigen, warum ich so scheiße spiele. Aber was soll man machen? Da, die, da, die, da... Ui, oi, 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 oi. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Tatsächlich. Okay, schauen wir mal, ob wir den Punkt securen können. Scheiße, ey, wie geht das nochmal? Ich will das Licht ausschalten von meinem Ding. Aber das ist... Ah, jetzt wird er. Oh nein. Aua. Ah, das ist ein Eiwe. Wow. Oh yeah. Style. Partyart. Ich kann das Ding nicht einnähen in der Song. Ich drehe daran, dass hier mal zu viel geben ist. Auch interessant, dass dieser Typ einfach hier auf Snipe-Jagd geht mit dem Helikopter und die einfach zusammenfährt. That's the way I like it. Frag mich nicht, warum ich das jetzt gerade gesungen habe. Da unten ist ein Poster. Ist das ein Boot da, oder was? Au, 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 au. Okay, ja. Alter, was? Das ist wohl gar kein Gegner hier. Aber das ist einer. Alter. Wo ist denn der nächste Punkt? Auf der anderen Seite, leider. Da kann man mal versuchen, dass wir hinkommen. Ah, ich hätte nicht nachladen sollen. Ich hätte nicht nachladen sollen. Oh, das ist ein Boot. Geil. Damit kann ich zwar wahrscheinlich auch nicht besser umgehen als mit dem Rest, aber man kann es ja mal nehmen. Vielleicht, ähm... Da habe ich auch gleich schon direkt geschossen. Andere Waffen? Oder? Aua! Juhu! Ich habe jemanden gekillt, komm! Gehen wir mal nach oben. Mal gucken. Ah, da wird mal geport. Ah, das Ding geht nach hinten auf. Weiß nicht, warum jetzt eigentlich inzwischen das MG-Feuer so laserstrahlend sind. Ist das wegen... Wegen... Wegen Star Wars Episode 7, oder... Weil die momentan in Kinos ist, oder ist das schon länger so? Sieht auf jeden Fall saudämlich aus. Ja, das ist mir jetzt hier zu ungemütlich. Ich gehe da mal. Ach, nein, 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 ach Gott. Das konnte ich irgendwie alles schon mal deutlich besser. Was ich aber an Souls-Service dargekriege, kaum zu glauben. Gleich umgebracht. Noch nicht, aber gleich. Gleich, gleich. Oh, was ist das? Wo wollt ihr hin? Ich bin hier gespawnt. Ah! Deswegen vielleicht. Ähm, ja. Ich glaube, ich versuche mal meine Einstellung umzustellen. Und dann geht das Sterben vielleicht in der nächsten Episode weiter. Irgendwann wird es eine nächste Episode bestimmt geben. Ach, komm. Nee, komm. Ich höre sie. Also gut. Bis dann, ne? Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.